Hallo liebe GSD-Freunde an den Empfangsgeräten, hier ist Franky. Der dritte Teil von Franky goes to gemütliche Kleintierschenke. Also heute am Mittwoch war es eigentlich nicht gemütlich, es war so richtig Sommer, deshalb bin ich eher in den frühen Morgenstunden, in den späten Abendstunden gefahren von Öl bis Felde und liege jetzt, die verkehre an der Kartalsperre, kurz unterhalb vom Brocken. Morgen früh dann Brocken und dann aus der Süddehalle wieder runterkomme. Bis morgen, tschö.